Seid auf jeden Fall schnell, wenn ihr ihn vorbestellen wollt. Wie gesagt, Link ist für euch unter diesem Video in der Infobox. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Der Amazon Echo Show 15 ist ab jetzt vorbestellbar. Link ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Dort könnt ihr ihn direkt vorbestellen und bekommt ihn dann auch zum Release-Datum am 17.02.2022. Es gibt allerdings eine kleine Komplikation, das wird die meisten von euch wundern, beziehungsweise einige haben mich auch schon angeschrieben. Ich habe es selber auch festgestellt, es geht darum, was erscheint letztendlich als Lieferdatum. Und das ist in den meisten Fällen tatsächlich der 17.02.2022, also ein Monat nach Erscheinungsdatum. Und das, obwohl die meisten von euch direkt schon innerhalb der ersten drei Stunden bestellt haben. Man vermutet an dieser Stelle, dass Amazon das Ganze noch deutlich nach unten korrigieren wird und dass man ihn dann hoffentlich auch im Februar bekommt. Aber seid auf jeden Fall schnell, wenn ihr ihn vorbestellen wollt. Wie gesagt, Link ist für euch unter diesem Video in der Infobox. Und nutzt das aus. Beim Echo Show 10 beispielsweise hier mit dem schwenkbaren Display gab es am Ende Lieferzeiten von über drei Monaten. Deswegen hier auf jeden Fall schnell sein. Wenn ihr ihn haben wollt, auf Vorbestellen klicken, sichert ihn euch, damit ihr nicht am Ende allzu lang warten müsst. Wenn ihr Fragen zum Echo Show 15 habt, etc., was ich alles testen soll, sobald ich mein Gerät in den Händen halte, schreibt mir gerne einfach alles in die Kommentare. Und ich versuche natürlich alles für euch dementsprechend in den Reviews zum Echo Show 15 einmal zu präsentieren. Bis dahin hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen, natürlich, dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.